Ich werd's machen. Ich werd mir selber genau hier ein Ohr rausstechen. Und hier. Also ich hab zwei. Ich hab zwei von den Dingern da. Mir wurde gesagt, als ich die gekauft hab, dass man dafür noch eine extra Pistole braucht, um die in sein Ohr reinzumachen. Und dass das so gefährlich ist und dass das nicht geht. Ich meinte, scheiß drauf, gib sie mir. Ich werd's versuchen. Kann man sterben, Chad? Ja. Es ist tödlich. Mach nicht. Ja. Du kannst sterben. Ja. Wow. Yo. Krebserregend. Blutvergiftung. Yo. Ich mach's aber trotzdem, Chad. Das sieht echt fresh aus, so ein Ohrring. Ich wollt eigentlich ein Ohrring haben, aber ich hab so eine Pistole nicht. Deswegen werd ich das einfach selber machen. Dein Ohr fällt ab. Wow. Yo. Okay, ich krieg ein bisschen Angst. Ich krieg ein bisschen Angst. Ich will mein Ohrring genau hier haben. Hab ich selber gekauft, Chad, diesen Ding. Ich hab ihn nicht geklaut von Leipzig. Und ich werde jetzt hinmalen, wohin der Ohrring soll. Ich will den Ohrring... ...hier hinhaben. Ist der Punkt gut? Chad, ja oder nein? Ich kann diesen Punkt nicht sehen. Omo, hilf mir mal. Omo, hilf mir mal. Was ist der? Den Punkt ungefähr genau gleich auf der Seite machen. Ist der gut? Ist der Punkt gut? Ich glaub, ich hab keine Ahnung, was er ging. Ja, wenn da ein Ohrring wäre, wird das gut aussehen? Ja oder nein? Es gibt keine... Boah, da bin ich Experte, ja. Stell dir vor, das ist ein Ohrring. Ich bin vor, das ist ein schwarzer Punkt. Ja, statt dem schwarzen Punkt ist da jetzt gerade ein Ohrring. Ja oder nein? Vielleicht ein bisschen tiefer, aber so passt eigentlich. Bisschen tiefer? Ja, aber passt. Ich hab den Punkt aber schon gemalt. Warte, kriegt man das weg? Nein. Du wolltest auch endlich irgendwas erwartest du. Okay, okay, wir werden einfach ein bisschen tiefer denken, okay? Versuch es genau so hier zu zeichnen. Oh, wo? Ja. Hast du? Ja. Hast du? Ja. Siehst du den überhaupt? Ja, sieht gut aus. Sieht genauso aus wie bei dem anderen. Hast du gut hinbekommen. Das sieht eins zu eins aus wie das, was ich gemacht habe. Das hast du gemacht. Hä? Das andere habe ich gemacht. Ach so. Ah, das kann ich gar nicht sehen. Chat, sieht das neue gut aus? Chat, sieht das gut aus? Ja. Ja. Bro, du bist halt taub. Ich kann taub werden? Hodenkrebs. Ja. Yo. Yo. Ich will keinen Hodenkrebs, Chat. Ich hab wirklich Angst, Chat. Warum sieht das so aus wie so ein Packer? Ich hab Angst, Chat. Ich hab Angst, Chat. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich krieg's hin, ich krieg's hin. Ich krieg's hin, Chat. Das ist Affektionsmittel? Ah, ja, ja, ja. Vorher, ich muss das hier. Okay, 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 okay. Guck mal, guck mal, ob man sterben kann. Oder, nee, nee. Guck mal, ob man Hodenkrebs bekommt. Ich desinfiziere mein Ohr. Okay, ich mach auch das andere. Ich muss, das hier muss ich auch desinfizieren. Das hier muss ich auch desinfizieren, Chat. Bro, ich hab Angst, wirklich. Ich hab Angst. Bro, ich hab Angst vor Spritzen. Guckt euch das an. Das ist mindestens genauso lang wie mein Schwanz. Okay, okay, ich mach's, ich mach's. Ich mach's. Ich mach's, Vermut. Ich mach's. Ich mach's, ich mach's. Ich mach's. Wow. Chat, ich mach's. Ich mach's. Ich darf nicht bluten. Bro, ich will's machen. Nein, mach's nicht. Ich will's machen, Chat. Ich will, du siehst schwul aus, dann. Ich will schwul aussehen, Chat. Bro, Bro, ich hab Angst, dass ich nicht richtig... Warte mal. Oh, ich hab's falsch rum gehabt. Wie? Ich hatte fast mit der anderen... Dass der Ohrring hinten gewesen wäre. Ist ja nicht ein Loch danach. Ja, aber der Ohrring wäre falsch rum gewesen. Ich hätt's fast falsch gemacht, Chat. Richtig so? Ja, er muss. Ja, so ist es richtig. Ich muss auf den Punkt bekommen. Das ist richtig. Okay, Chat. Okay. Okay. Das ist mir aus der Hand gerutscht. Ist es dran um uns? Natürlich. Ich seh schwul aus. Jo. Mein Vater bringt mich um. Warte, ich bring dir dich um, Junge. Papa weiß nichts davon. Komm, wie du aussiehst. Tut weh? Nein. Welche Seite war man mal schwul? Warte mal. Wenn man nur eine Seite hat, ist man schwul? Ich glaub, eine bestimmte. Aber welche? Welche? Rechts. Du meinst doch, du bist so gut. Nein, nein. Ich mach schnell noch den anderen. Muss man da drücken, oder? Oh. Man musste drücken. Boah, hast du noch nichts desinfiziert? Aber spürst du denn nichts, Bruder? Ich dachte, das ist einfach normal so, dass da nichts kommt. Ich hab gar nicht desinfiziert. Ich dachte, das wäre, wenn man das dran hält, dass das schon reicht. Jetzt desinfiziert ist. Boah, Witze. Ja, woher soll ich wissen, dass man da komplett draufdrücken muss? Oder was das ist, Bruder. Es ist doch klar, dass man da drücken muss. Ja, ich dachte, es ist wie so ein Deo-Roller, dass man da dran rein... Wie ein Deo-Roller, ne? Ist es okay, wenn ich jetzt einfach nachmache? Ja, mach lieber was. Ah! 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 Das brennt richtig! Wirklich? Ja! Ich werde die Scheiße durchdrücken, als wäre es mein Schwanz. Als wäre es Controller-X-Button. Oder? Alles ist verschwommen, Bruder! Wieso? Ja, wir haben Edding, und dann kommt Desinfektionsmittel drauf. Nein, das ist zu hoch. Du bist zu hoch, Manni. Ja, da ist ungefähr gut. Nein, 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 runter, 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 runter. Da. So? Aber bleib da. Aber Bruder, du bewegst dich, ne? So? Guck mal. Ja, ein bisschen weiter runter noch. Ja, da ist gut. Hier so? Ja, ja, da. Oh, Mut! Geht durch! AAAAAAAH! Ist aber gleichmäßig. Aber ist trotzdem Müll aus. Aber gleichmäßig, Bruder, das ist wichtig. Ich schwöre, mein Vater schlägt mich zusammen. Natürlich schlägt er nicht zusammen, aber das wusstest du auch davor. Aber ich dachte, es sieht anders aus. Es sieht so schwul aus. Also, es ist nicht schlimm schwul zu sein. Ich bin auch manchmal schwul, aber nur manchmal. Sei mal ehrlich, wenn du ein Mädchen wärst, würdest du... Und ich sitze hier so. Ich würde denken, das steht hier auf Jungs. Deswegen nicht, aber sonst... Aber warte mal, wenn ich schwul aussehe, dann komme ich doch auf ein Mädchen ran. Let's go! Let's go! Let's go! Der Plan ist aufgegangen.